Der Herr sei mit euch Aus dem heiligen Evangelium nach Markus In jener Zeit ging Jesus in ein Haus und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Da kamen seine Mutter und seine Brüder. Sie blieben vor dem Haus stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum und man sagte zu ihm, Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Er erwiderte, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen und sagte, Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Liebe Schwestern und Brüder, wenn man einen Menschen sehr gerne hat, dann möchte man irgendwann auch mal seine Angehörigen kennenlernen, seine Verwandtschaft. Heute begegnet uns im Evangelium, im Markus-Evangelium, zum ersten Mal die Verwandtschaft Jesu. Aber es ist keine angenehme Sache, mit dieser Verwandtschaft Jesu Bekanntschaft zu machen. Ich will mal ein bisschen ausholen. Sehen Sie, Jesus hat am Anfang seiner öffentlichen Wirksamkeit Menschen geheilt. Er hat die frohe Botschaft Gottes verkündet. Die Menschen sind zu Hunderten zu ihm hingeströmt, weil sie spürten, hier ist einer, der uns Heil schenkt, der sich uns ganz persönlich zuwendet, der nicht diskutiert, der nicht gute Ratschläge von oben herabgibt, sondern der jedem ganz persönlich seine Zuwendung schenkt. Und das tut Menschen so gut. Zu Hunderten sind sie zu ihm hingeströmt. Das ging so weit, dass Jesus nicht einmal mehr zum Essen kam, er und seine Jünger, weil er sich so sehr um die Menschen gekümmert hat. Und dann kommt die Verwandtschaft. Dann kommen die Angehörigen. Und dann sagen sie, das ist doch nicht normal, dass einer sich so um die Menschen kümmert, dass er nicht mal mehr Zeit zum Essen findet. Den müssen wir da wegholen. Der ist von Sinnen, auf gut Deutsch, der tickt nicht mehr ganz. Der ist ein Spinner, haben die von Jesus gesagt, die eigenen Angehörigen. Das ist bitter, das ist hart, aber es ist so. Sehen Sie, Jesus hatte im Evangelium einmal den Jüngern angekündigt, wenn sich einer ganz auf mich einlässt, wenn er mein Jünger wird, wirklich mein Jünger wird, nicht nur so ein Mitläufer, sondern wirklich mein Jünger wird, da muss er damit rechnen, dass ein Riss geht bis in die Familien hinein. Dann kann es passieren, dass der Vater gegen den Sohn aufsteht, der Sohn gegen den Vater, die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter, die Mutter gegen die Tochter und die eigenen Angehörigen werden seine Feinde sein, weil die Menschen das nicht verstehen, dass jemand Jesus zum Mittelpunkt seines Lebens macht. Dann kommen die Leute auch heute und sagen, der ist von Sinnen. Der übertreibt ein bisschen. Das ist noch ganz harmlos gesagt. Das ist ein Spinner. Der ist ja fanatisch. Und was man dann alles sagt. Geht bis auf den heutigen Tag so. Überlegen Sie mal, wie oft habe ich das in der Seelsorge erlebt, dass mir Ehepartner geklagt haben, ich muss meinen Glauben leben gegen den Widerstand meines Ehepartners. Die hat überhaupt kein Verständnis dafür. Da hat sich vielleicht eine Frau bekehrt in Mechugorje, ist wirklich zu einem lebendigen Glauben gekommen, die kommt nach Hause und der Mann hat überhaupt kein Verständnis dafür. Gut, der hat das ja auch nicht miterlebt. Kann auch umgekehrt sein. Oder wie oft ist das so, dass Eltern ihren Glauben leben müssen unter dem Spott von heranwachsenden Kindern. Die lächeln bloß noch, dass die Alten so einen Quatsch alle noch glauben. Das tut weh. Aber das hat Jesus selber auch erlebt. Seine eigenen Angehörigen. Und jetzt kommen die Angehörigen. Jesus ist in einem Haus, verkündet die frohe Botschaft Gottes und auf einmal wird ihm mitgeteilt, draußen steht deine Mutter und deine Brüder, deine Angehörigen. Die kleine Nebenbemerkung ist schon verräterisch. Die stehen draußen. Natürlich, auf der einen Seite heißt das, sie sind vor der Türe. Aber dieses Wort draußen hat im Evangelium auch eine doppelte Bedeutung. Die sind die draußen stehenden. Die gehören nicht zum inneren Kreis. Die sind draußen. Von Judas wird später gesagt, im Abendmahl sagt, er ging nach draußen. Der war nicht drinnen. Er war draußen. Und jetzt stehen seine Angehörigen auf einmal draußen. Und sie wollen ihn mit Gewalt da wegholen. Da steht auch im Griechischen ein ganz starkes Wort. Da steht das gleiche Wort, was hinterher gebraucht wird, als sie Jesus gewaltsam gefangen nehmen. Da steht das gleiche Wort. Sie wollen ihn mit Gewalt da wegholen. Deine Mutter, deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Und was macht Jesus? Es sitzen eine ganze Menge Leute im Haus um ihn rum, die das Wort Gottes hören wollen. Er guckt die alle der Reihe nach an, macht eine Handbewegung und sagt, meine Mutter, meine Brüder, das sind meine Mutter und meine Brüder, die hier um mich sitzen. Wer den Willen meines Vaters tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Schwestern und Brüder, wenn jemand mit Jesus ernst macht, dann wird er erleben, dass auf einmal die natürlichen, menschlichen Bindungen, die familiären Bindungen zweitrangig werden. Vielleicht sogar, dass solche Verbindungen kaputt gehen. Aber so einer erlebt auch noch etwas anderes, nämlich, dass Jesus gleichsam eine neue geistliche Familie stiftet. Wer mein Wort hört und wer den Willen meines Vaters tut, der gehört zu der neuen Familie, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Und das gilt auch bis auf den heutigen Tag, durch die ganze Geschichte hindurch. Achten Sie mal darauf, das sind manchmal nur so Kleinigkeiten im Neuen Testament. Schau dir den Apostel Paulus an. Ein ganz ruheloser Mensch, unverheiratet, ist von einer Gemeinde zur anderen gezogen, überall rausgeworfen worden. Dann schreibt er einen Brief an die Römer, an die Gemeinde in Rom. Und ganz am Schluss des Briefes steht eine Grußliste. Da grüßt er jede Menge Leute. Und da steht dann mitten in dieser Grußliste auch, grüßt die Mutter des Rufus, sie ist auch mir zur Mutter geworden. Was bedeutet das? Was muss diese Frau einen guten Einfluss gehabt haben, dass Paulus schreiben kann, sie ist auch mir zur Mutter geworden. Paulus ist von dieser Frau, von der Mutter des Rufus, im guten Sinne bemuttert worden. Da hat er Geborgenheit gefunden, da hat er Verständnis gefunden, sie ist ihm zur Mutter geworden. Oder denken Sie daran, der Apostel Paulus hat einen ganz jungen Mitarbeiter gehabt, den Timotheus. Und über den Timotheus schreibt er im Philippabrief, Ich habe keinen Gleichgesinnten, der so um eure Anliegen besorgt ist wie er. Alle suchen ja das Ihrige, aber nicht die Sache Christi. Aber ihr kennt seine bewährte Treue. Wie ein Sohn seinem Vater, so hat er mir Dienste geleistet in meinem Evangelisationsdienst. Dieses Verhältnis zwischen Paulus und Timotheus war wie das Verhältnis eines Vaters zu seinem Sohn. Da wird die neue geistliche Familie sichtbar. Oder noch ein Beispiel. Es hat in der frühen Christenheit einen Großgrundbesitzer gegeben, namens Philemon. Dem war ein Sklave abgehauen und der Sklave war auf irgendeinem Weg zu Paulus gekommen und hat sich bei Paulus bekehrt. Und jetzt schickt Paulus diesen entlaufenden Sklaven wieder zu seinem Herrn zurück und er gibt ihm ein Empfehlungsschreiben mit. Diesen kurzen Brief haben wir heute noch im Neuen Testament. Nur ein Kapitel. Ganz kurz. Und in diesem Empfehlungsschreiben, dass er dem Onesimus, so heißt der Sklave, mitgibt, da steht drin, Lieber Philemon, mit dem war offensichtlich Paulus gut bekannt, nimm ihn wieder auf. Aber nimm ihn nicht als Sklaven auf, sondern nimm ihn auf als dein Kind. Denn das ist er mir auch geworden, wie ein Sohn. Das war ein ganz großes Geheimnis. Der Sklave blieb Sklave und der Großgrundbesitzer blieb der Herr. Und trotzdem waren diese sozialen Unterschiede auf einer höheren Ebene aufgehoben. Da waren die beiden wie Geschwister oder wie Vater und Sohn. Das ist diese neue geistliche Familie. Und das gibt es auch bis in unsere Tage hinein. Ich habe in meiner Zeit viele Bibelkurse gehalten und ich habe es mehr als einmal erlebt. Zum Beispiel, dass ein stellvertretender Bankdirektor auf dem Kurs war, ein ganz hohes Tier. Und mit dem saß am gleichen Tisch und die haben zusammen gegessen, Bibel gelesen und gebetet. Ein einfacher Arbeiter aus dem Tiefbau, der Pflastersteine legt. Und die Unterschiede waren weg. Da hat keiner gesagt, ich habe aber studiert und du machst nur Pflastersteine. Nein, sie waren wie Geschwister. Und das tut so gut. Und ich habe es auch manchmal als Priester erlebt, wenn sich Menschen wirklich auf Jesus ausrichten, auf ihn, dann verschwinden auch die Gegensätze von evangelisch-katholisch. Verschwinden ist vielleicht ein falsches Wort. Die bleiben natürlich, aber sie trennen nicht mehr. Da freut sich der evangelische und der katholische, dass wir gemeinsam Gott loben dürfen, dass wir gemeinsam in seinem Wort lesen, dass wir gemeinsam Brüder und Schwestern sind. Das ist diese neue geistliche Familie, die Jesus schenkt. Schwestern und Brüder, in unserer Kirche und auch in unseren Gemeinden bröckelt heute ganz vieles ab. Das erleben wir ständig in zunehmendem Maß. Aber hier, an dem Punkt, liegt für die Kirche und für die Gemeinde eine ganz große Chance, dass wir nämlich entdecken dürfen, wenn wir anfangen, in den Gemeinden Brüderlichkeit zu leben, Geschwisterlichkeit zu leben, dann haben wir eine Chance, nicht nur die Kirche zu erneuern, sondern auch ein Zeichen zu sein für die Welt. Und wie erlebt man das? Wie geht das, dass man zu dieser neuen geistlichen Familie gehört? Das geht ganz einfach dadurch, dass wir uns alle auf Christus ausrichten, dass wir nicht mehr unsere eigene Süppchen kochen, ich sehe das so und du siehst das anders, sondern dass wir uns gemeinsam auf Jesus Christus ausrichten und dann werden wir eins, eine neue geistliche Familie. Ich will es zum Schluss noch mal mit einem ganz einfachen Bild sagen. Sie kennen so ein Rad, ein Speichenrad. Je näher die Speichen zur Mitte kommen, zur Nabe kommen, umso näher kommen sich die Speichen auch untereinander. Je näher wir Menschen zur Mitte kommen, zu Jesus Christus, umso näher kommen wir uns auch untereinander. Amen.